Ja, hallo und willkommen hier zur 22. Folge Supremacy 1914 mit Britisch-Ägypten auf der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 30 und wir stehen auf Platz 2 mit 295 Siegpunkten. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen, das hat jetzt einfach den Grund, hier ist nicht viel passiert. Wir sind in Bolivien gelandet, Bolivien ist leider AFK gegangen, das ist ein bisschen schade, finde ich, aber, ja, lässt sich jetzt nicht ändern, wir werden jetzt hier mal ein paar Einheiten hochschicken, will ich auch, ja, lässt sich jetzt leider nicht ändern, hat jetzt einfach den Grund, dass Bolivien anscheinend keine Lust mehr hatte, nachdem sie ja dann unseren Angriff nicht überstanden haben oder bzw. ihren Angriff hier nicht überstanden haben. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen dabei, jetzt hier mehr in Infrastruktur zu investieren, als in neue Truppen, ich denke, das macht jetzt mehr Sinn. Dann können wir da noch ein bisschen was für die Dienstakte rausholen, vielleicht noch ein paar Punkte gut machen, dann in der Wirtschafts, auf der Wirtschaftsseite gehört ja auch mit dazu und ich denke, das ist dann auch eine recht gute Sache. Da können wir das so noch machen, so, dann werden wir jetzt hier mal noch die Festungen in Auftrag geben und dann ist das auch so in Ordnung. Ja, in Schweden, hier oben sind wir jetzt auch mittlerweile recht gut vorangekommen, wir haben es jetzt geschafft, hier endlich die letzten Bastionen des Feindes zu erobern, das sollte auch dann heute Nachmittag oder nachher dann alles moralisiert sein, das sollte dann nicht das Problem sein. Wir werden auch hier nochmal die Stadt wieder einnehmen, das war noch ein kleines Problem, da gab es einen kleinen Gegenangriff, sollte aber auch nicht das Problem sein. Dann werden wir hier auf die Insel auch noch jemanden schicken und dann sollte das alles passen. Ansonsten sind wir ja in Nordamerika gelandet, werden hier dann jetzt auch alles einnehmen. Ich vermute mal, dass Südamerika größtenteils verschont bleiben kann. Brasilien hat gefragt, ob er überleben darf, hätte ich jetzt prinzipiell kein Problem mit. Und am Ende, wenn es auch nur mit einer Provinz oder so vielleicht ist, Australien ist ja immer noch komplett inaktiv und uns fehlt ja wirklich jetzt nicht mehr viel mittlerweile zum Sieg. Wenn wir jetzt hier gucken mal, wir haben auch deutlich weniger Provinzen mittlerweile als chinesisch Xinjiang. Also der hat hier sehr aufgeräumt in Amerika. In Asien ist jetzt auch in Amerika mittlerweile angekommen, ist hier auch stark am Vorrücken und somit sollte das alles kein Problem sein. Denn wir werden jetzt hier das Problem kriegen, wahrscheinlich noch mit den Einheiten, die hier kommen. Das sollten wir aber auch hinbekommen. Wir kriegen hier noch eine ordentliche Verstärkungsarmee. Ich sammle hier gerade auch noch mal eine Armee. Also unterm Strich haben wir eine gute Stärke. Ja, ist jetzt ein bisschen schade, dass das Ganze so gelaufen ist. Also ich hätte es mir schon gewünscht, dass es spannender geblieben wäre, dass Bolivien aktiv geblieben wäre. Ich finde das immer ein bisschen schade, wenn die Leute AFK gehen, sobald es mal einmal nicht so geklappt hat, wie man sich das erhofft hat oder wie man sich das erwünscht wird. Also es gehört ja, sage ich mal, auch dazu, dass vielleicht auch mal ein Angriff nicht funktioniert. Dann versucht man halt noch mal eine andere Variante. Das war halt bei Bolivien so überhaupt nicht der Fall. Das ist ein bisschen schade. Hätte durchaus dann auch anders sein können, aber können wir jetzt einfach nicht ändern. Ist jetzt halt so. Und dann machen wir halt einfach das Beste draus. Wir brauchen jetzt hier mal überall noch ein bisschen Infrastruktur. Einfach um hier voranzukommen, um Punkte zu bekommen. Das ist wichtig. Wir wissen ja, also zum einen bringen ja Provinzen Punkte, dann bringen ja auch die Moral der Provinzen, bringt auf jeden Fall Punkte. Und die Gebäude bringen auch Punkte, zum einen, weil sie ja Moral geben und zum anderen ja auch, weil sie dafür sorgen, dass auch die Gebäudepunkte dazukommen, weil auch ein Gebäude gibt ein paar Punkte an sich. Und das wollen wir auf jeden Fall nutzen. So, hier werden wir das jetzt aber mal anders machen. Das nehmen wir hier mal raus. Und dann werde ich hier mal noch einen Hafen integrieren. So, ansonsten können wir hier munter weitermachen mit Eisenbahn. Oder auch nicht. Es hängt. Gut, dann halt nicht. Dann müssen wir halt warten, bis es wieder vernünftig läuft. Wird jetzt aber auch nicht das Problem sein. Wir sammeln hier oben mal die Truppen noch mal zusammen und sammeln die mal bitte da. Genau. Und dann sollte das auch recht seinen Weg hier gehen in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen. Ich denke mal so, drei, vier Tage werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall noch brauchen. Also das wird definitiv nicht von heute auf morgen kommen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich, falls es noch mal was Spannendes zu berichten gibt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann, wenn die Runde beendet ist. Also wir müssen das ja jetzt hier nicht spannender machen, als es ist. Und das müsste jetzt auch so langsam die Zeit dann sein, wo das Video kommt, wo die Community-Runde schon läuft. Wahrscheinlich sogar schon auf YouTube läuft. Von daher, die ist ja, denke ich mal, deutlich spannender. Und deswegen würde ich sagen, ich danke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.